Kapitel 3 Guten Morgen, Mr. Malfoy, schön, dass Sie den Termin so kurzfristig wahrnehmen konnten, sagte Shackleboot mit seiner beruhigenden Stimme und schüttelte Malfoys Hand. Setzen Sie sich doch bitte. Dann wandte er sich wieder zu Hermine. Setz dich bitte auch, dann kann ich gleich loslegen. Er räusperte sich, als die beiden seiner Aufforderung nachgekommen waren. Und zwar habe ich mich mit dem Gremiumsausschuss insofern geeinigt, als dass wir gerne mit den Kobolden zusammenarbeiten möchten beim Trimagischen Turnier. Es wird langsam Zeit. Du meinst wohl, du möchtest den nächsten Bürgerkrieg verhindern, sagte Hermine angespannt und war sofort in der Materie. Sie hatte den Minister schon monatelang gewarnt, dass die Kobolde unruhig wurden, war aber bisher auf taube Ohren gestoßen. Das ist doch Wahnsinn, begehrte Malfoy auf. Das kann nicht gut gehen. Noch nie in der Geschichte der Zauberei konnten Menschen und Kobolde friedlich zusammenarbeiten. Kobolde sind fiese Betrüger. Und... Oh, Merlin, bitte, Malfoy. Diese alten Stereotypen noch im Kopf. Kein Wunder, dass wir in der Beziehungsarbeit auf der Stelle treten, wenn einige Zauberer noch so veraltet denken. Hermine schenkte Malfoy einen durchaus bösen Blick. Dieser hob jedoch nur eine Augenbraue und zischte, ach, die Koboldaufstände im 16. Jahrhundert waren also eine gemütliche Muggelgeburtstagsparty mit einer harmlosen Kissenschlacht. Natürlich nicht, aber die Zauberer sind doch selbst schuld. Würden wir den Kobolden mehr Rechte einräumen, wäre die Situation jetzt auch nicht so angespannt, erwiderte Hermine stürmig und sah Malfoy wieder an. Seine grauen Augen taxierten sie und sie kam nicht umhin, ihn zu mustern, während er sie so anstarrte. Sie hatte ihn schon länger nicht mehr gesehen. Zwar arbeitete er auch im Ministerium, doch auf einem anderen Stockwerk und er war sich wohl immer noch zu gut dafür, in der Kantine zu essen. Wie sie sehr wohl wusste, war er seit einem Jahr Leiter der neuen eingerichteten Zentrale für Zaubertränke, deren Zubereitung und den Im- und Export von Zaubertrankzutaten sowie Kräutern. Mit Harrys Hilfe war er nach dem Krieg komplett rehabilitiert. Zwar hatten ihn die Zauberer aufgrund seines Namens erst gemieden, doch nachdem er sein Studium wie auch Hermine mit Cum Laude abgeschlossen und einen kleinen Kräuterladen eröffnet hatte, kam Shacklebolt nicht umhin, immer öfter mit ihm zusammenzuarbeiten, wenn es um Zaubertränke ging. Malfoy war nicht dumm, auch zu Schulzeiten nie gewesen, musste sich die Hexe stirnrunzelnd eingestehen. Als dann die neue Abteilung aufgebaut wurde, war es schon Monate im Vorreis ein offenes Geheimnis, dass er die leitende Stelle übernehmen würde. Hermine musste ihm auch zugestehen, dass er zu einem äußerst attraktiven Mann geworden war. Die dunkle Kleidung stand in hartem Kontrast zu seiner hellen Haut. Sein silberblondes Haar war an den Seiten kurz geschnitten, oben etwas länger und die grauen Augen wurden von langen Wimpern umrahmt. Seine Wangenknochen waren markant und verliehen ihm ein aristokratisches Aussehen. Insgesamt sah er reifer aus, doch er hatte sich ein Dreitagebart stehen lassen und brach das steife Bild dadurch etwas auf. Mit einem Wort, er sah verdammt gut aus. Auch sein Körper hatte sich verändert. Unter seinem Pullover zeichneten sich leicht seine Muskeln ab. Ob er wohl noch Quidditch spielte? Wenn Ron eine Trainingspause eingelegt hatte, hatte er sofort angesetzt. Stopp! Ihre Gedanken liefen gerade wieder in eine falsche Richtung. Hermine, was meinst du? fragte Shacklebote und riss sie wieder in die Gegenwart. Verwirrt blickte sie den Minister an und ihre Wangen färbten sich hauchzart, was wiederum Malfoy, dem dies nicht entgangen war, ein höhnisches Grinsen auf die Lippen trieb. Entschuldige bitte, Kingsley, was hast du gefragt? fragte sie und hatte sich wieder im Griff. Verdammt, sie wollte sich jetzt keine Blöße mehr geben. Ob du dich dann mit dem Grombisch treffen kannst, um die Zusammenarbeit weiter voranzubringen und vor allem schneller. Hermine straffte wieder ihre Schultern. Natürlich, aber erlaube mir eine Frage, warum jetzt? Seit Voldemortsturz sind immerhin elf Jahre vergangen. Unterbrach sie der dunkelhäutige Mann wieder. Und du liegst mir schon seit drei Jahren damit in den Ohren, die Beziehung zu verbessern, ich weiß. Nun, es ist, wie du gesagt hast. Grombisch kam vor drei Wochen zu mir und meinte, der Unmut der Kobolde wachse gerade ins Unermessliche. Der große Krieg ist schon über ein Jahrzehnt her und die Bedingungen für die Kobolde haben sich nicht maßgeblich verbessert. Kingsley räusperte sich und strich sein Jackett glatt. Das Trimagische Turnier war wohl Auslöser dieses Debakels, beziehungsweise der Tropfen, der den Kessel fast überlaufen lässt. Der Trimagische Pokal, warf Malfoy nun leise dazwischen. Er ist kobold gefertigt. Richtig, bestätigt Jackalbolt wieder. Grombisch und seine Leute sind der Auffassung, dass ein Kobold den Pokal übergeben sollte und dass er während des Turniers auch in der Obhut des Kobolds verbleibt. Und was sagst du dazu? Wollte Hermine wissen. Nun, ich denke, Reformen sind unumgänglich. Sonst riskieren wir, wie du schon immer angemerkt hast, den nächsten Krieg und bei Merlin. Ich denke, wir alle hatten genug davon für zwei Leben. Die drei hingen kurz ihre Gedanken nach, bevor der Minister fortfuhr. Natürlich müssen wir in diesem Zuge auch unsere Gesetze überarbeiten und den Stellenwehr, den die Kobolde in unserer Gesellschaft haben, überdenken. Hermine, bitte nimm deine Leute von Kobold Verbindungsbüro mit ins Boot. Wir werden überlegen, das Geheimnis unserer Zauberstabherstellung zu teilen, um unseren guten Willen zu demonstrieren. Es muss sich langsam wirklich etwas ändern. Malfoy hatte bei diesem Wort zischend ausgeatmet. Ich weiß, Mr. Malfoy, vielen Zauberern wird dieser Vorschlag ungewohnt und sogar töricht vorkommen und viele werden Angst haben. Ich habe schon mit MacBay gesprochen. Die Auroren werden in nächster Zeit verstärkte Präsenz zeigen, um die Bevölkerung zu beruhigen und zu zeigen, dass wir da sind, redete Shacklebult weiter. Er selbst hatte zu hart im Orden gekämpft und zu viel im Krieg verloren, als dass er den Frieden riskieren würde. Und hier kommen sie ins Spiel, Mr. Malfoy. Um all ihre Formen auf den Weg zu bringen und die Gesetze zu ändern, braucht es natürlich viel Zeit. Das wird nicht bis übermorgen erledigt sein. Das Gremium und ich haben beschlossen, dass wir unseren guten Willen zeigen möchten und dass ein Kobold, der von Gorambisch als vertrauenswürdig erachtet wird, den Pokal verwahren soll. Und sie, Mr. Malfoy, sollen einen Trank entwickeln, der von Menschen und Kobolden gleichermaßen eingenommen werden kann. So was wie den Zaubertrank des Friedens, eben nur auch geeignet für Kobolde. Dies auch als Zeichen, dass die Zauberer den Kobolden endlich die Hand reichen wollen. Aber bei allem Respekt, Sir, sprach nun Malfoy und blickte den Minister dabei ungläubig an. Die menschliche DNS unterscheidet sich komplett von der der Kobolde. Und dass unsere gewirkte Magie komplett anders ist, muss ich ja wohl nicht erwähnen. Es ist nahezu unmöglich, einen Trank zu brauen, der für beide Spezies denselben magischen Effekt verleiht. Ja, wie Sie selbst sagen, nahezu. Ich bin mir sicher, dass Sie das bewerkstelligen können. Seien Sie sicher, dass dieses Projekt höchste Priorität genießt. Ich gebe Ihnen freie Hand, sich sämtliche Mitarbeiter zu holen, die Sie in Ihrem Team haben möchten. Miss Granger und Sie werden die Leitung innehaben und sich mit Grombisch kurzschließen. McGonagall weiß Bescheid und würde ihren Lehrer für Zaubertränke auch freistellen, um ihnen zu helfen. Wir wollen den Trank in einem halben Jahr. Ein weiteres Zugeständnis unsererseits, denn wir werden die dritte Aufgabe des Turniers öffentlich zugänglich machen. Für die Zaubereibevölkerung, so wie für die Kobolde. Daher der neue Trank des Friedens, oder wie auch immer er heißen wird. Als Verbindungsglied zwischen unseren Völkern. Hermine brummte der Kopf. Sie war doch nur zwei Wochen nicht arbeiten gewesen und jetzt das. Sie hatte sich schon immer stark gemacht für Gleichberechtigung aller Arten, aber das war gerade sehr viel Input. Sie sah zu Malfoy, er blickte zurück und schürzte die Lippen. Dann fuhr er sich durchs Haar. Minister, ich bin nicht sicher, ob ein halbes Jahr genug Zeit ist. Einen artenübergreifenden Zaubertrank gab es noch nie in der Geschichte der Magie. Und wieder die Frage, die Miss Granger schon gestellt hat. Warum? Was bekommen wir denn als Gegenleistung? Drachenmist, er wusste es. Das würde ein ganz toller Arbeitstag werden. In erster Linie vermeiden wir so einen weiteren Koboldaufstand und zum Zweiten haben die Kobolde zugesichert, uns in gewisse Zweige zauberstablose Magie einzuweihen und auch das Schmieden von Gegenständen zu zeigen, um ihrerseits den guten Willen zu einer besseren Beziehung zu demonstrieren, sagte Shacklebolt. Und was den ersten ihrer Punkte anbelangt, auch wenn Mrs. Granger sich natürlich um den Kontakt zu den Kobolden kümmern wird, wäre es untertrieben zu sagen, sie wäre gut im Umgang mit Zaubertränken. Aber ich denke, das wissen sie, da sie denselben Unterricht besucht haben. Mit ihr haben sie ihre erste Fähigkraft. Und wie gesagt, fühlen sie sich frei, ihr Team zu stellen, wie sie möchten. Ich vertraue in ihre Fähigkeiten. Malfoy presste die Lippen zusammen. Damit war das Gespräch beendet. Shacklebolt's imposante Statur und seine Arorenpräsenz strahlten eine Endgültigkeit aus, die keine weiteren Widersprüche zuließ. Er war bis jetzt ein fairer Zaubereiminister gewesen und ihm lag die Bevölkerung am Herzen. Als Hermine und Malfoy sich verabschiedet hatten und sich zu zweit auf dem Gang gegenüberstanden, starrten sie sich an. Er war um einen guten Kopf größer als sie und roch verdammt gut, wie sie feststellen musste. Das Schweigen wurde langsam unangenehm und Malfoy sagte schließlich herablassend, Also Miss Granger, ich möchte das so schnell erledigen, wie irgendwie möglich. Also komm einfach um 15 Uhr in mein Büro. Dann überlege ich, wie wir weiter vorgehen. Hermine merkte, wie sie auf diesen Befehl errötete. Und in diesem Moment wurde sie einfach nur wütend. Die ganze Wut, die sich seit vier Wochen angestaut hatte, brach sich nun Bahn. Zornig über die Reaktion ihres eigenen Körpers, zornig über Ron, zornig über ihre Scheidung und das Versagen ihrer Ehe, zornig über Shacklebolt, der sie zur Teamarbeit mit diesem Idioten verdonnerte und zornig darüber, dass sie kein Baby bekommen konnte, kam ihr Malfoy nun gerade recht. Wütend stemmte sie die Fäuste in ihre Seiten. Hör mal, Frettchen, ich bin nicht deine blonde Sekretärin, mit der du so sprechen kannst. Um drei habe ich einen Termin und selbst wenn ich keinen hätte, gäbst du hier noch lange nicht den Ton an. Ich bin auch nicht begeistert davon, die nächsten Wochen jeden Tag deine Visage zu sehen. Entweder wir sprechen uns zusammen ab oder lassen es gleich bleiben. Aber herumkommandieren wirst du, wirst sicherlich nicht. Diese Zeiten sind seit 15 Jahren vorbei. Echt traurig, dass du das noch nicht geschnellt hast. Und wir treffen uns morgen Vormittag um neun bei mir im Büro. Ich erwarte dich. Und ich trinke meinen Kaffee schwarz. Obwohl ihre Wangen nach wie vor gerötet waren, warf sie ihm einen erbosen Blick zu, drehte sich auf dem Absatz um und stapfte erhobenen Hauptes davon. Sie hatte wirklich keine Lust mehr. Und natürlich hatte sie keinen Termin um 15 Uhr. Er beobachtete ihre braune Mähne, bis sie in einem der Aufzüge verschwunden war. Und in der Abgeschiedenheit des Flures lächelte er zum ersten Mal an diesem Tag. Und er sah hinreißend aus. Und dann geht's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020